Hallo zusammen, hier ist wieder Heuchela und heute bin ich wieder für euch in Battlefest oder so unterwegs und zwar wollen wir heute wieder ein Mythic Plus Kisten Opening machen, sowohl einmal mit meinem Allianz-Char und auch mit meinem Horden-Char und ich würde sagen, heute wenig Worte, gleich zur Tat schreiten und wir machen gleich mal die erste Kiste auf, das dauert dann immer so einen kleinen Moment und mit dem hatte ich glaube ich nur einen 6er-Key oder so gelaufen, 5er oder 6er bin ich glaube, ah 5er war es nur, aber ich habe immerhin einen 360er-Ring gekriegt naja, das sind 5 Item-Level mehr, besser als nichts, ich würde sagen, den legen wir gleich mal an aber das Glück ist jetzt bestimmt auf meiner Seite bei meinem Main-Char, also bei dem Horden-Char, beim Horden-Main-Char dass der war dann vielleicht ein bisschen was Besseres rauskriegt, weil mit dem habe ich einige 10er-Keys gemacht so, also 360er-Item haben wir eingeheimst und dann switchen wir jetzt mal zum Horden-Char und Moment, da kann man mal gucken, ich habe letzte Woche, hier sieht man es, ne, ihr seht, also das habe ich alles letzte Woche gemacht, weil ich ja getranst bin ich habe einige 10er-Keys gemacht, auch 9er, 8er, ich hoffe, dass ich diesmal irgendwas Sinnvolles rauskriege irgendwas in Richtung, weiß ich nicht, Brust, Handgelenke, irgendwie sowas komm, 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 was habe ich jetzt rausgekriegt oh nein, den Kopf da habe ich schon 3,70er, aber ähm, ja, 3,85 ist natürlich noch besser, jetzt hoffen wir mal, dass er einigermaßen gute Traits drauf hat schauen wir mal, schauen wir mal es gibt irgendwie ein Ding, über das ich hier skippen kann aber, äh, naja also, was haben wir denn also, ich kann, wenn dann, hier defensiv gehen, ah, das finde ich das finde ich nicht so gut, dass ich danach ein bisschen Rüstung und Mastery kriege gut, kann man nehmen und hier kriegen wir ein bisschen Schaden hm, vielmal stapelt, weil das hört sich gar nicht so schlecht an man kann das ja eh nochmal umskillen äh, ich nehme jetzt erstmal das hier und dann kann man immer noch weiterschauen so, dann achso, warte mal, auf meinem Kopf ist, glaube ich, mein Dingsfeld drauf, ne also, eigentlich müsste ich den Kopf anlassen na, muss ich gleich mal gucken so, was haben wir dann hier ähm, das ist dieses Ding, was sich hochstapelt das ist eigentlich gar nicht schlecht mit Tempo das ist total useless und das ist auch useless ich muss eigentlich das hier nehmen also, die Trades sind hier nicht so berauschen, muss ich sagen aber es ist halt einfach vom Item-Level auch besser, ne äh, und dementsprechend, äh, nicht nur, dass ich auf Item-Level gehen würde aber, äh, ich hab halt Rüstung mehr Ausdauern mehr, äh, Agi mehr und das macht sich das Tank ziemlich schnell quasi, bemerkbar okay, und das, da haben wir noch einen Heileffekt drauf mhm, den finde ich eigentlich gar nicht so schlecht den, den hab ich ganz gerne in Inseln, ne in diesen Inseleroberungen, beziehungsweise eigentlich heißt es Insel-Expedition nicht Eroberung, aber gut okay, ja, er ist okay, der Kopf aber er hat jetzt halt keine krassen Traits drauf, ne jetzt muss ich bloß gucken ähm genau, das hatte ich vorher drauf mit dem Stapeln das hab ich ja jetzt hier auch wieder drauf das passt jetzt muss ich bloß gucken, was hatte ich auf dem anderen drauf ja, da hatte ich das Neuerschaffungsfeld, ne jetzt muss ich irgendwo gucken dass ich auf den anderen Items ah, da hab ich kein Neuerschaffungsfeld mehr da müsste ich fast hier das skillen und das wegbasteln da muss ich auf jeden Fall dran denken dass ich das jetzt so mach, bevor ich heute Abend ähm zum Raid gehen muss ich auf jeden Fall dran denken den werd ich auf jeden Fall anziehen bin jetzt, äh, damit auch schöne 3,70 gegiert und ja das lässt sich leben cooler wäre es gewesen, wenn ich ne Brust oder Handgelenke bekommen mal hätte die wären auch low gewesen aber naja man kann ja nicht immer Glück haben, ne man kann nicht immer Glück haben gut das war's dann soweit mit dem kleinen Video ich hoffe dem einen oder anderen ähm hab ich ein bisschen Freude bereitet beim Aufmachen ich weiß nicht naja dann sehen wir uns gerne beim nächsten Video euer Chela bis dann äh, ciao raaあ